Hi Leute, schön, dass ihr einschaltet oder auch nicht. Ich denke, das wird ein richtiges Scheißvideo hier. Das Spiel mag ja ganz witzig sein, aber ich glaube, ich werde hier keinen Spaß daran haben. Aber ihr vielleicht, weil ich mich sehr aufregen werde. Ich spiele heute Flappy Flappy VR, weil es momentan alle zocken. Also angefangen damit hat der Hoshi, der hat das erste Video gemacht. Dann folgte der Hank, der hat ein Gewinnspiel sogar daraus gemacht. Jetzt hat der Chris Reality auch nochmal hier gezockt, aber glaube ich noch kein Video rausgebracht, weiß ich nicht. Ich verlinke euch alle drei Kanäle mal unten in die Beschreibung. Schaut mal rein. Das Video von Hoshi war extrem lustig, weil er sich so tierisch aufregt, aber vielleicht werde ich mich gleich genauso aufregen. Und der Hank hat ein Gewinnspiel rausgebracht. Wenn ihr seine Punktzahl schlagen könnt, dann seid ihr mit beim Gewinnspiel. Ihr müsst natürlich ein Video dazu machen, aber schaut einfach mal auf seinen Kanal auch rein. So Leute, ich würde sagen, ich fange an. Ich habe eben mal drei Runden gedreht. Ich habe acht Punkte geholt. Also mega. Und ja, versuchen wir einfach mal unser Glück und los geht's. Ja. Okay. Noch bin ich gut gelaunt. Er war knapp. Wow. Ich wollte runter. Fuck. Also gibt da nix. Oh Gott. Nein. Oh fuck. Ruhig. Ja. Ja, noch höher. Am besten da oben. Sollen wir nah dran kommen. Ja. Ist die Gefahr, wenn man zu tief ist, dass man nochmal einen Schwung gibt und dann oben dringegen klatscht. Mann, der arme Vogel. Also Rekord werde ich hier auf keinen Fall irgendwas brechen. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ah. Oh Gott. Ach fuck. Ich dachte, jetzt hätte ich es raus. Komm. Gucka. Gucka. Oh geht das in die Arme. Das kann sich keiner vorstellen, der noch nicht gespielt hat. Ah. Wirklich mit den Buttons geht das. Jetzt haben wir es raus. Jetzt schlagen wir den Rekord. Next Flap. Ne. Nein. Boah, war das knapp. 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 Danke! Ja komm mein Freund, helf mir mit den Punkten hier. Ah, zwei Freunde sind immer gut. Meine Wingmans. Oh Gott ey. Na, war klar. 75, okay. 13. Das geräusche euch gerne. Das nicht. Das verdammt nicht. Ja ne, Vogel mach mir Mut. Oder mal lösen. Oh Gott, ja wie soll man das schaffen, verdammt. Ist doch ungefähr sowas. Das Spiel kommt doch aus der Hölle, oder? Ich dachte, Paranormal Activity wäre schlimm gewesen. Aber das hier. Kaum. 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 Das war's für heute. Leck mich doch am Arsch. Leck mich am Arsch. Oder leck mich am Zuckerli, kann man auch sagen. Leck mich am Arsch. Ich wusste es, ich wusste es. Wo stehe ich? Hälfter Platz. Okay. Also wenn man so macht, hat man mehr Kontrolle, aber es ist anstrengender. Schließ die Röhre direkt zum Mond, ist okay. Die Hörfnung. Kann man mal eine vernünftige Röhre kommen, verdammt. Ich hel masse. Koros. 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 Oh Gott ey, sorry dass ich nicht so viel rede, aber ich versuche mich echt zu konzentrieren. Über 100 bin ich heute, ist doch schon mal was, über 100, ich bin der Elfter. Boah, ich habe gerade nur die knappen Sachen hier, also das Spiel hat gerade einen Arschlochmodus rausgeholt. Keine Chance. In der Zeit, wo ich eben Elfter geworden bin und hier spiele, bin ich jetzt schon wieder Zwölfter, also einer ist besser geworden als ich. Mein Gott. Kann es mal was fairer werden? Noch ein Versuch und dann höre ich auf. Also einen muss ich jetzt durchkommen, ja. Dann muss er auch irgendwann gut sein. Ja, ne Leute, ich höre jetzt auf. 109 Punkte ist erstmal mein Stand. Vielleicht versuche ich es am Wochenende nochmal, aber hier ist erstmal Schluss. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, überlegt doch mal, ob ihr mir ein Abo geben wollt. Würde ich mich echt darüber freuen. Macht natürlich immer mehr Spaß, Videos zu machen, wenn man mehrere Zuschauer hat. Und da sind Abos nicht schlecht. Ja, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen und ja. Schaut doch einfach mal bei FlappyFlappyWA rein. Kostet 2,39 bei Steam. Also mich interessiert da auch, was ihr für eine Punktzahl habt. Ich muss hier nochmal kurz drücken. Was ihr hier für eine Punktzahl erreichen könnt, könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben. Und ja. Schreibt mir doch einfach, wie ihr das Spiel findet. Und ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.